Diskussionen um die Potenziale, aber auch die Sicherheit von digitalen und technologischen Entwicklungen sind im Grunde nichts Neues. Neu ist jedoch die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sich diese Entwicklungen vollziehen. Dieses Tempo ist Demokratien um Längen voraus. Oft haben wir gar keine Zeit, gar keine Möglichkeit zu begreifen, was gerade vor sich geht, geschweige denn über die Folgen nachzudenken oder Lösungen zu finden. In diesem letzten Video des Kurses wollen wir noch einmal ein Resümee ziehen und einige wichtige Punkte aus den bisherigen Lektionen aufgreifen. Zu Beginn hat sich Professor Rathkolb mit dem historischen Kontext der Digitalisierung auseinandergesetzt. Er beschreibt und kritisiert, dass wir die Auswirkungen der digitalen Revolution auf den öffentlichen Diskurs und eine demokratische Meinungsbildung total verschlafen haben. Überforderte Gesellschaften durch eine Turbo-Globalisierung führten dazu, dass wir demokratiegefährdende Elemente einfach ignoriert haben. Die Beispiellosigkeit, die Übergriffe und Praktiken großer Tech-Unternehmen haben wir auch deswegen zugelassen, weil wir unmöglich erkennen konnten, was hinter den Kulissen eigentlich vor sich geht. Früher waren es oft Übergriffe staatlicher Macht, auf Attacken von Seiten privater Unternehmen war man nicht gefasst. Die große Illusion des frühen Internets bezüglich jeglicher Befreiung von gesellschaftlichen Normen, Standards etc. betraf nicht zuletzt auch die Dimension von Gender und feministischen Diskursen. Elisabeth Lechner ergänzte den historischen Kontext um die Entwicklung und Verhandlung von Körperbildern im digitalen Raum und beobachtete, dass die Grenzen zwischen Online und Offline immer mehr verschwimmen. Die nächste Lektion des Kurses durchleuchtete die Praktiken großer Tech-Unternehmen noch genauer, befasste sich mit der rechtlichen Dimension der Digitalisierung und des Plattform- und Überwachungskapitalismus und fragte danach, wie es zur dominierenden Stellung einzelner großer Player auf dem heutigen digitalen Markt überhaupt kommen konnte. Harald Katzmeier und Nikolaus Forgo erklären, dass die Konsequenzen eines neoliberalen Zeitgeistes des 20. Jahrhunderts, sowie ein unzureichendes Bewusstsein, Vorstellungs- und Handlungsvermögen in der Politik und anderen Bereichen der Gesellschaft die aggressive Expansion von Meta, Alphabet und Co. ermöglichte und unsere Demokratie heute in den Mangel nimmt. Europa findet sich dabei oft eingeklemmt zwischen chinesischer Hardware und US-amerikanischer Softwareindustrie und es fällt zunehmend schwer, in diesem globalen Spannungsfeld zu bestehen. Hier wurde zuletzt auch der Bogen zur vierten Lektion gespannt, indem wir am Beispiel der Stadt Wien der Frage nachgegangen sind, welche Rolle urbane Zentren sowie Kooperationen zwischen Stadtpolitik und Wissenschaft im Digitalisierungsprozess spielen. Warum dieser Austausch wichtig ist und es nicht nur die eine Digitalisierung gibt, erfahren wir am Beispiel der Stadt Wien. Hier wird der Mensch in einer aktiv gestaltenden Rolle in den Mittelpunkt der Digitalisierungsagenda gerückt. Die abschließenden beiden Einheiten beschäftigen sich zunächst aus technischer Perspektive, Sie haben hier Algorithmen und KIs wie JetGPT näher kennengelernt, mit der Frage, was macht die Digitalisierung mit der Demokratie und zuletzt damit, was die Digitalisierung mit uns persönlich macht, wie und wo wir uns tagtäglich damit konfrontiert sind. Hier finden Sie auch nochmal zentrale Takeaways aus dem Kurs Ideen und Initiativen für Digitalisierungsprojekte und studentische Perspektiven auf große Probleme. Hier wird außerdem nochmal hervorgehoben, dass Menschenrechte und Digitalisierungsprozesse untrennbar miteinander verbunden sind, dass digitale Bildung schon ab dem Volksschulalter stattfinden muss und dass wir laut werden müssen, um Gesetze zu schaffen, damit Technologie unser Leben nicht ausnutzt, sondern bereichert.